Ich mache Ihnen ein Angebot, Elisa. Es ist zwar nicht Frankreich, aber das Meer vor der Haustür, das kann ich Ihnen auch bieten. Sie überreden Ihren Vater, Ihnen den Wagen zu geben und dann besuchen Sie mich in Dänemark. Ich habe da oben im Norden ein großes Haus und ein Gästezimmer. Die Fahrt dahin ist ja lang genug, dass man schon das eine oder andere erleben kann. Ich möchte insbesondere Schönheit ausdrücken. Ich möchte etwas ausdrücken, das wahrhaftig ist. Ich möchte Sie zeichnen. Wir gehen hoch in mein Atelier, Sie ziehen sich aus und ich werde Sie malen, ganz einfach. Ich werde mich ausziehen. Ja, selbstverständlich. Wir wollen ja die Schönheit in Vollendung darstellen. Ich habe gleich gesagt, dass es keine gute Idee ist.